OCH NEEE! Ja, geil! Oh boy! OCH NEEE! Alle Men, die der Meinung sind, dass dieser 2N8 ganz richtig ficken... Ich denke, da habe ich zu viele Freunde aufs Team. Achso. Okay, gut. Das macht leicht sein. Wir wollen ihn targetten, Leute. Da ist er ganz oben. Ja. Mach das da. Das wird sicher ein Gehose geben. Ja, fuck zu hoch. Puh, hey! Ey, dieses Doppel-Damage-Stand, das... Das sieht schön aus. Ich habe nur Müllwaffen, weil ich noch zu schwachig bin. Immer festen Beruf, würde ich sagen. Jetzt kommt der... Jetzt kommt der Skill-Shot hier. Ich kann nicht sehen, was er schreit. Ja, ich kann auch nicht sehen. Ich kann den Chat auch öffnen. Wie geht das? Achso, mit Enter. Ich habe was Tolles. Uuuuuhhh! Ich habe geloppt von Genie und Tiger. Okay. 130 Damage reingehauen und nicht mal sein Schild ist weg, Alter. Danke für die Verbesserung. Tiger? Ja? Magst du mich danach immer noch? Äh... Er hat einen Jungen. Er hat einen Jungen. Er hat nur mich. Ey Leute, willst du noch mehr Targetten hier? Ich wollte Tiger treffen. Du hast meine Flugbahn gesehen. Ey, du hast meine Flugbahn kaputt gemacht. Ich wollte ihm noch mehr Snake reinhauen. Du Sack. Targetten... 100... 80er oder jetzt. Kenner nichts. Wie all ich hier mit Snake angreifen? Ich bin richtig lieb. Ja, moin. So ein bisschen Hassliebe. Hä? Fuck it. Komm, schieß auf dich selbst, bitte. Äh... What the fuck? Er hat mich ja komplett weg, Alter. Ja, no joke. Er... Ich krieg halt... Ich... Ich hab nur noch eine Runde weniger als 50 Schaden von ihm bekommen. Ich meine, ich hab nur noch Hälfte Leben und ich hatte voll Rüstung. So ist es. Sehr gut. Ja, Brick noch lachst du. Gleich ist er dann... Ich lass ihm und du bist am rumheulen. Ach, ich heul doch nicht. Wann hab ich mich jemals aufgeregt heute? Zombies. Äh... Au, 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 au. Oh nein, nicht mit der Disco. Und Leute, wie geht's euch da hinten so? Ja, war's gut. Ich fühl mich toll. Gut, bist ja noch keiner dieses Mal getroffen. Ja, fuck it. Jetzt kann ich nicht treffen, weil das scheiß Portal davor ist. Ja, ich hab auch noch keiner dieses Mal getroffen. Sola, überleg dir das. Ich kann nicht mehr ausrasten. Cool. Jetzt könnte ich das ja eigentlich so machen, ne? Müsst dich so ungefähr treffen? Ich will immer das Geiz an den Spielchen und auch die Spielmusik ein bisschen mischen. Fuck it! Richtig nice. Ey! Ja! Hättest du nicht sagen sollen, Felix. Er hat ne Beine angelegt. Was ist das denn? Er kann sich teleportieren, wuhu. Da müssten wir mal ein Event machen. So ein richtiges Turnier. Gut, ich flieg dann schon meine ersten Runde raus. Das Problem ist für ein Turnier müssten wir dann in etwa gleiches Level haben, damit wir auch die gleichen Waffen zur Verfügung haben. Ich werde jetzt Tiger treffen. Nur leider nicht für Schaden machen. Das ist gut. Wieso ist da jetzt ein Schweizes Lauch? Ja, das frag ich mich auch gerade. Aber ich treff trotzdem. Ich treff irgendwie ihn. Ich! Ja, mich fast! Ey! Ach, sehr schön. Was ist denn der Scheiß? Der wär so geflogen und dann raus. Oh, schade. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen will. Ey, wie vorsichtig. Ich glaub, jetzt wird's eklig. Das schwarze Loch kann mir vielleicht helfen. Na, ich glaub, das spielt eher Tiger zu. Oh, doch nicht? Oh. Äh, ja, lol. Ja, verdammt! Ah! Der Granat war richtig geschnappt, Mensch. Brick hat, Brick hat doch schon dran geleckt. Ich hatte eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich weiß nicht. Äh. Microphone geaktiviert. Ja, okay. Okay. Und sonst so? Ach, ich mach's einfach. Wer hat der Erdbeben gemacht? Irgendwas... Wir müssen uns... Das heißt, der hat nicht beeintet. Wir müssen uns ansetzen. Mein Erdbeben. Wir haben uns ja raus, da bevor es neue Waffen gibt, sonst sind wir nicht richtig am Arsch. Uh, Doppel Damage. Meins. Ja, wenn du's triffst, bevor ich treffe. Du zielst doch nach unten. Achso. Tiger trifft vor ihm. Ja, ich glaub auch. Und dann dich selbst, okay? Gerade hoch und... Oh, der trifft gar nix. Nein! Tober Vogel. Ich und Jens machen's genau richtig. Ja, geil. Der Typ ist dein Lacker, alter. Och, Mann. Nee, Jeli, bleib doch mal stehen. Ja, genau. Puh, er kann gar nicht mehr reden. Jelte ist doch grad ausgetimt und... Ne, microphone activated. Der eine Kon von Jelte ist grad ausgetimt. Ja. Achso. Deswegen hören wir ihn nicht mit. Hier ist ein Passwort im Channel drin. Bin ich Donkey Kong oder wat? Ja, denn... Ach Mensch, ey. Jetzt muss ich auch noch mich ums Passwort kümmern. Passwort ist ABC. Die Katze liegt im Schnee. Da bin ich wieder. Yay. Willkommen zurück. Zahnrad. Ach, Zahnrad. Knappe Geschichte. Oh. Na? Na. Du bist ein bisschen sehr dicht. Willst du mit mir essen? Au, 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 au. Du bist ganz schön. Paul, tut mir leid. Ja, so, oder? Wenigstens 60 Schaden. Mhm. Äh, Yivi? Bitte nicht mich. Ja, danke. Ach komm. Sagst du auch noch, dass er kommen soll? Bin ich jetzt tot, Tiger? Bin ich jetzt tot? Na, ich hab keine Waffe, die Andi an soviel Schaden machen würde. Mach doch ne Nuke, den triffst dich vielleicht selbst. Das war lustig. Also, wenn ich jetzt daneben schieße, ne? Womit, du hast so unendlich viele Leben, Alter. Weil kaum einer auf ihn geht. Die ganze Zeit auch nicht. Mach einfach kaum einen Schaden. Eigentlich sollten wir auf den Navigation abfüger gehen. Ja, aber da kommt der irgendwie ran. Weil der trifft uns zugekauf nicht. Danke, Leute, für den Schaden. Er sagt sorry. Der Stein. Können mal neue Waffen kommen? Ich hab nur noch drei. Die kommen jetzt auch. Also, ihr bekommt sie noch. Ich weiß nicht, ob ich da noch lebe. Du kriegst sie noch. Also, ich töte dich ganz bestimmt nicht mit meinen Waffen. Siehste. Ich wollte grad fragen, wo sind sie denn? Jetzt schon. Puh, puh, puh. Ich hab nur Kacke bekommen. Ah, ne. Leute, lass mal auf ihn dahin gehen, man. Der macht uns sonst fertig. Okay. Ne, warte was? Ja, okay. Wir könnten auf die Rüchte erst Quick raus und dann haben wir zwei gegen drei, ne? Wer an sich sinnvoller, dass Paul Quick macht. Ja, puh. Tschüss, Paul. Mist. Ja. Ich geh mit Schwoben drauf. Felix, du weißt, dass er das schwarze Loch hat und er seine Flugbahn verändert? Weiß nicht, ja. Ach, ich weiß nicht, wie ich treffe. Ich glaub Felix will mich treffen. So war das nicht geplant. Ich dachte, das zieht so ein bisschen dran. Ne, das ist richtig krass genug hier, Alter. Ähm, der Typ da ist nicht mehr ganz unten auf, äh ganz oben auf einmal. Doch, siehst du die kleine Spitze? Ja Leute, der haut mich jetzt eh gleich raus, der ist nicht dumm. Nein, Rick. Oh, sehr schön. Das ist meine Flugbahn. Oh mein Gott. Oh nein. Mach es weg. Aber, Brick. Oh, darkness my old friend. Come to dark with you again. Der Brick ist gar nicht mehr da. Guck da, er hat gar keine Lebensanzeige mehr. Der ist gar nicht mehr da. Der ist gar nicht mehr da. Geht ihr auf die nächste. Nein! Also ob du so weit nach unten geht. Was ist das gewesen? Hör auch auf Sola zu gehen, ihr müsst ihn hinten raushauen. Ich übernehme mich auch mal. Sola geh auf Sola, genau! Ja, Mann! Geil! Oh mein Gott. Ich bin tot. Nein. Weil du den ganzen auf Sola gehst. Hä? Ich bin eine Runde lang, der mir gesagt hat, wir gehen auf den Händen und nicht aufs Sola gegangen. Der meckert mich richtig an, Alter. Felix, du müsstest das alleine weitermachen müssen. Nein. Ich mach jetzt meinen letzten Schaden vielleicht. Ich bin noch nicht sicher. Ich kann ihn gar nicht mehr anzeigen lassen. Warum nein? Wappen die nicht. Komm, Evi, mach ihn fertig. Heißt du, komm. Ich hab weg. Hoffentlich fliegt die gerade nicht daneben. Ja, hoffe ich auch gerade. Der macht nicht so doll. Ja. Nein. Ja. Hat noch gereicht. Goodbye, Crewworld. Wieso hat denn Evi eigentlich immer Bounty? Warum bin ich jetzt ein Bounty? Der schmeckt doch gar nicht so gut. Halloween, Alter. Wobei, was war Bounty? Jelga. War das aber mit Kokosnuss? Bounty war mit, äh, ja, Kokosnuss, glaube ich. Ja, okay, gut. Neh mich so rückschmeckt doch. Ja, eben, deshalb gehe ich auch, äh, Solar, weil ich das safe treffe, dann krieg ich noch ein paar Punkte. Levin, Digga, immer klug denken. Klug denken. Ja, klug denken. Wir sind direkt auf den Hinten gegangen. Äh, wir haben so ein kleines Problem. Ich hab ihn allein in den ersten paar Runden mit 200 Damage gemacht, du Sack, Alter. Hey, Digga, du hast ihm eine Bounty gedrückt, die gut Damage gemacht hat. Wir haben hier immer noch ein Problem. Wir haben hier einen Massengrab. Zahnräd! Zahnräd! Ja! Gab's noch. Ich auch. Das kam bei mir raus. Du kleine Hufrinsson, Alter. Noch ein Zahnräd! Ach, voll drum. Hol dir die Pakete. Haha, da kommt doch gar keiner ran. Haha. Also da unten. Hm. Was? Ripp Felix! Nee, du hältst dich raus, Alter. Ja, kurz. Was? 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 Oh Gott, eh. Wir wollen mal eben unten ziehen. Wir retten bis gleich. Rauchen ist doof. Musst du sagen. Nein! Doch! Oh! Oh nein, warum ist da jetzt ein schwarzes Loch? Schieß doch mal hoch! Schieß doch nicht mehr so tief! Mäh! Nee! Ich hab eh nix anderes. Ich hab nur noch Schrottwerfen gerade übrig. Haha, go Felix! So, wir warten! Schieß doch mal hoch! Warum schießt du denn immer so tief? Weil das andere zu kompliziert ist vom Berechnen. Ich schieß auch nur Luck Shots. Was? Ich schieß immer nur mit Glück. Ja, mach ich auch. Mit Glück? Ja, wir schieß doch mal hoch. Okay. Ich bin hoch. Und jetzt haben wir beide einen! Alle drei! Alle drei, ja! So, wo ist mein Lineal? Mal ran halt! Haha, okay! Äh, ist du noch am Schieten? Nein, das darf ich so! Guck! Hä? 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 Das hatte ich getroffen! Was ist denn hier für welche? Was ist Rebound? Was ist Rebound? Das ist dieses Abreihen, dass man erst gegen ein Hindernis treffen muss und dann der Schaden. Können wir gerne machen. Hätte ich auch Bock zu. Ich hab mich getroffen, irgendwie. Das war lustig. Boah, hab ich nur so kack Waffen. Das frag ich mich auch. Du kannst runter und ich schießt die mir scheiße. Das ist wie ich mit einem Ziggerstein in den Krieg ziehe. Jetzt kriegt ihr den doch. Näh. Ja. Sehr schön. Ah. Easy. Ich hab nur noch Müll. Wow, ich hab gleich nur noch das Messer übrig, da muss ich noch zu Felix rüberfahren. Ja, du kriegst ja nicht so, du kriegst jetzt Waffen. Muss ich nur zu Felix rüberfahren. Ist doch so. Jetzt kommen die Waffen, mit denen ich alles fisten würde, Alter. Ja. Ach, Mist. Falscher Winkel. Der müsste jetzt da landen. Das war's. Das war's. Ich mach Elektroschaden. Nee, doch nicht. Aha. Noch ein Elektrobau. Oh, das war's. Oh, doch! Die kam auch von unten! Hä? Super! Was? Hey, level up! Ich auch! Juhu! Oh, Blitz freigeschaltet! Was? River! Das war lustig! Wer hat jetzt mehr Schaden? Ich oder? Ja, Alter! Wer hat jetzt mehr Schaden?